Ich schlag das Huhn, ich schlag das Huhn, das Huhn, ich schlag das Huhn, ich schlag das Huhn, ich schlag das Huhn, solange es stirbt, ich frag mich, wie lang es aushält, naja, geh auf, die Musik ist genial, aber wie, wo, wo ist sich jetzt eigentlich, weiter, was ist hier, oh, hier war ich ja noch gar nicht, Oh, ein Angler, hallo Angler Möchtest du eine Runde angeln? Es kostet dich nur 10 Rubine pro Versuch Äh, sorry, da fehlen mir 4 Ja, das ist ja schade, Angeln macht so großen Spaß Wenn du mir 4 Rubine leist, dann mach ich das Die Musik ist lustig Äh, wo bin ich hier eigentlich, ah, hier muss ich landen Okay Weil ich weiß gar nicht, wo ich landen muss Ähm Nee, ehrlich, ich weiß nicht, wo ich landen muss Hihi Der macht mir auch keinen Schaden Naja, mal sehen Also, ich hab irgendwie gerade keinen Plan Und ich lauf hier herum und das macht Spaß, ein Zelda-Game zu spielen Äh, das ist zu schwer Wie komme ich da durch? Hatte ich jetzt noch ein Lade Aber ist der selbe als wie gerade? Äh, nein Eine Schaufel Und die Musik kommt mir bekannt vor Die Musik kommt mir extrem bekannt vor Als wäre die von Oracle of Seasons Au Wow Äh, ja, also, keine Ahnung Wo muss ich jetzt hin? Nee, weih nicht, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Ich hab doch keinen Plan Ich kenn mich hier Doch überhaupt Oh, schade Ich geh einfach mal jetzt Nach links Immer weiter nach links Immer weiter nach links Bis es nicht mehr weiter geht Ich töte Monster So viel ich kann Und habe dann Links Ja, voll Und hier ist der Ding Und ja, da kann ich nicht rein Ich weiß nicht Wie ich Was, was, was Was muss ich tun? Irgendwo In den Norden muss ich hin Aber ich weiß nicht Ich weiß nicht Wo es lang geht Was muss ich tun? Gibt es hier irgendwo Und Tipp Ich guck mal hier rein Hallo Hier sind noch diese komischen Bücher Genau Und hier ist ein Oh, was ist ein Buch Das ist keine Truhe Was? Das hast du ja auch Hast du auch gewusst? Na gut Das Geheimnis der Werbelklingel Das Buch lesen? Nein Automatische Pläne zeichnen Und Memo Buch Das Buch lesen? Äh Ja, lesen wir mal Drücke Select Um die Karte der Insel zu sehen Die der Gameboy Automatisch für dich zeichnet An den schwarzen Stellen Dieser Karte Warst du noch nicht Bewege den Kursor Und drücke A Um Informationen Über die Orte zu überhalten Auch die Tipps von Uhu Können nochmal gelesen werden Ah, sehr gut Wie man einen Gegenstand Aus dem Menü wählt Äh, nein Nicht ohne meine Bombe Äh Es gibt ja auch Bomben Und Nein Die Fahrzeuge der Teleporter Teleporter gibt es ja auch Sehr schön Kokolint Karte Kurse bewegen Und drücke Um die in der Orte zu sehen Möchtest du Die Karte sehen? Ja, klar Gib mal her Ah Sehr schön Das finde ich doch mal Wunderbar Das ist also die ganze Karte Cool Ja Aber Es hilft mir auch nicht weiter Die dunklen Geheimnisse Von Kokolint Das muss ich lesen Nein Ähm Nein Bitte nicht Die Benutzung Des Schildes Für Fortgeschrittene Nein Habe ich das ja schon gelesen? Das Geheimnis der Wimbelklingel Ja Habe ich schon gelesen Äh Ich meine Habe ich Brauche ich nicht lesen Also Ja Hm Äh Ah Falsche Taste War ja klar Äh Ich will erst mal gucken Tore im Gastrand Angelteich Zauberwald Hat sie denn nicht irgendwas gesagt? Außer Großfamilie Hat sie denn nicht irgendwas gesagt von Zauberwald? Hallo Zauberwald Schau dir Ah Ah Hier sind wir ja Huhu Willkommen im Zauberwald Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden Kein Weg für zur Außenwelt Erst wenn der Wind viel schwach ist Könntest du die Insel verlassen Du musst wissen Auf der Insel Kokolint Herrschen andere Naturgesetze Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen Den Windfisch aufzuwecken Wirst du einiges erleben Äh Warst du schon am Wumpalast Im Süden der Stadt? Ja Im Wald kannst du den Schlüssel finden Das Tor Tor öffnet Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte Ähm Moment mal Wie kann er jeden meiner Schritte Sehen wenn er schläft? Moblins 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 Geil Noch ein Moblin Ist auch tot Noch mehr Moblins Noch mehr Moblins Ganz viele Moblins Äh 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 Okay Hehe Du wirst dich verlaufen What the fuck? Äh Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Was ist alles zu bedeuten? Ui was ist das? Ein Götter Aaron Er reduziert deinen Bla Was ist das? Was ist das? Was ist hier? Was geht hier vor? Was ist das? Was ist das? Was ist das so bedeuten? Steff doch! Geht doch! Uh! Oh! Herzteil! Da kommen wir jetzt nicht rüber woÖ Wo sind wir jetzt eigentlich auch hier? Ehh LILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILIG ог Director Was zum Hallo Aaaaaahh SCEIRAP Bauche ihn von Den Pils im Wald Und Mach dir fix einen Zaubermix so schwer mit dem loswerden gab ja ich weiß doch wir gehen zur oberwald und töten moblins sie haben es verdient eine mischung aus moblin und mensch du hast ein teil der macht erhalten stirb wie geil ist das was ich bin richtigen steinboden platten einsturz gefahr jetzt weiß ich auch warum leid meinte ja fehlen bei richtigen steinboden platten und anscheinend hier sehr aufgemacht interessant so schwer mit bloßen händen ja kinder kinder auch in diesem spiel hasse ich sie die sie verfolgen mich überall hin und wollen mich töten wow schnell raus hier stirb, stirb stirb, stirb stirb, bitte so schnell du kannst hey du bist verlaufen ne dann hilf mir doch mein waschbarnase ist äußerst sensibel was staub betrifft staub ja und was soll ich denn tun hm tja also einfach mal umsehen wird schon richtig sein oder auch nicht hm hm irgendwie muss es ja gehen nicht wahr ja lach mich ruhig aus da kommt dann so ein ganz komisches Geräusch hehe ähm hier bin ich what the fuck ja was muss ich denn jetzt tun ok die Naturgesetze sind wirklich hier ziemlich verdreht ja also was soll ich denn waschbarnase sagen also was soll ich denn machen ich meine was soll ich denn wie warum ach keine ahnung aua leid lps sind doof ne ok also echt mal ich hab keine ahnung sag mal was soll ich tun bäh hm zauberwald ja was ist mit dem tipp von Herrn Uhu Mr. Uhu bitte mögen Sie sich hier im zauberwald einfinden und zwar schnell und zwar schnell hm 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 ja also äh hm 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 ahnung du wirst nicht verlaufen ja dann hilft mit doch du bist sehr sensibel gegenüber staub toll dann ja hilf mir doch hier waren wir noch nicht der bach erhalten geil stirb stirb hier